Was wäre das Leben ohne Emotionen? Emotionen bedeuten feiern, das Leben genießen, große und kleine Momente erleben. Und wir sind dabei. Jung, ausgelassen, spritzig, temperamentvoll, international, elegant und einzigartig. Unser Portfolio deckt alle Verbraucherbedürfnisse im Bereich Wein, Sekt und Spirituosen ab. Mit starken Marken, eigenen Geschichten und Besonderheiten, die weltweit begeistern. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind Henkel Frächer Nett. Celebrate Life